Schöne Nacht. Ja toll, jetzt habe ich natürlich auf Twitter schon drei Fragezeichen gemacht. Benja... Benja... Becker... Ne, Blümchen. Die Kamera ist an, ne? Hä? Die Kamera ist übrigens an. Aber ja, das ist uns eh egal hier. Genau. Ich darf das beim Benni. Oh, die U19 von Auerschmacher hat GSA 05 gespielt. Endergebnis 05. Sie hat 5-0 in Auerschmacher gewonnen. Wow. Das ist kalt. Das ist ja, weil die sagen, Samen, die machen sich echt gut. Kann man nochmal gucken. Ja, das war schon. Oh, das Enis-Spiel. Das heißt, im Umkehrschluss immer dann, wenn er Tor macht, muss man die Hand vorne dran machen. Warum? Weil das der Klassiker ist. Letzte Saison hat Enis durchgeschossen und immer dann, wenn er durchgeschossen hat, hat ich es nie auf Band. Ja, genau. Das ganze Spiel. Alle Momente. Halt dich. Benni! Hast du gewusst, dass mir letztes Jahr um die Dots halt schon Herbstmeister waren von der 2. Ne, hab ich nicht gewusst. Ich hab aber die Erinnerung gehabt. Es ist mir das gerade aufgefallen. Das wird eigentlich ein Dement zwischen. Schön angesetzt vom Konner. Der Mann geht nicht zu schnell zu machen. Okay? Alles gut. Taddi! Taddaaaann! Ich kann ja kein Tor erkennen, weil ich schon die Kamera draufgehalten habe. Was denkst du? Die Hand war noch an alle. Was? Der hat fast ja keine Torung gemacht. Kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt keinen Videobeweis. Komm, komm nach! Komm, komm nach. Die machen wir nicht den Sitz auf. So, jetzt fangt die Kamera an rumzuzickeln, zu kalt. Das hat mir gefehlt, dass der Mann auf dem Platz ist. So, geh mal die Heizdeck holen. Also wenn ich ehrlich bin, eine Wärmedeckfrau hol ich nicht, aber Kaffee wär geil. Ja, Kaffee. Lapparten. Also wenn ich fahre, geh nicht zum Meckers und hol mir dort Kaffee. Ich hab' einen Geflottschirm. Los, komm komm. Oh der hat den Aufmerksamkeit. Ich meinte aber Gelb mit Blau sieht nicht schön aus. Frag mal Eintracht Braunschweig, wie geil gelb und blau aussieht. Das sieht gut aus. Hast du recht? Und Peter, was gibt's Neues? Flutlich was, da kommen wir nicht mehr zurück. Was? Flutlich was, da kommen wir nicht mehr zurück. Das hatte ich gestern schon gehört, aus drei unterschiedlichen Wellen. Was? Na ja, das Stadion muss ja refinanziert werden. Die machen Lagerfeuer. Wir haben uns festgestellt, dass die Lampe eh unkomfortend sind oder so ein Scheiß. Und dass die komplette Umrichtung zu daher wird, davon abschließend die Poste in Ordnung. Das ist doch Altmetall. Wir können das Stadion zuhelf finanzieren. Jetzt wollen wir die Beleuchtung noch mal ausschreiben. Ja gut, dann können wir halt auch eine Zeit lang nicht spielen. Ist ja nicht schlimm. Nein, ich soll an die Tribüne dran kommen. Das war ihr schon im Gespräch gewesen. Ja. Also jetzt ein bisschen stärkere Lampe. Da hat er mir eine digitale Anzeigetafel. Green hat schon ohne Hell, Overhell sogar. Weißt schon, wenn du in der 2. Liga spielst, brauchst du so eine digitale Anzeige. Ja. Das geht aber nicht nur so. Das geht aber nicht nur so. Guck mal, aber wenigstens hält sie so. Die hält dich mal so eine digitale Anzeige. Der da. Das geht aber nicht nur so. Das ist ja so. Ja, die hat schon mal eine digitale Anzeige. Oje, 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 oje. Ja, grünsche Richtung weiter gehts. Alles gut. Wer war es? Hanna, siegen wir jetzt schon Nummer? Nee, warte schnell! Was ist denn mit dir? Altersteilzeit! Ja, 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 das hört mich oft! Jungs, Fußballspieler! Jungs, sauber Spieler! Das wird mir jetzt gerade immer zu hart! Ja, weil sie durchgemacht haben! Ist ja okay, aber... Ja, das will ich jetzt! Weil er ist jetzt frustriert... Wer? Na, 50! Na, 50! Na, hol ich den! Du? Ja! Mama, ist es nur ein Tor? Hm, was soll das denn mit mir? Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor! Warum kann man nicht mal Theodor am Tor stehen? Warum? Dann kann man singen! Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor! Der Theodor, der Theodor! Der Theodor, der Theodor! Der Theodor! Der Theodor! Schreib nicht so zu alt! Der Theodor! Der Theodor! Der Theodor! Da steht ein Pferd auf dem Flur! Komm, aspiro! Ach was ist richtig! Ach, das ist perfekt! Am Christian ist kein Tor gegönnt! Nein. Aber echt nicht! Oh, dann macht er ja noch das Acht Enz, dann ist gut. Das letzte! Mal schießen! Mich zieht! Und immer schwerer. Und immer schwerer. Diese Franzose, das ist gefährlich. Soll ich die Messer so tief fliehen? So kommt der Mark am Endsammerstil. So kommt der Herr Klein und kommt dann. Oh, schade. Oh, schade. Ich hab's nicht getan, dass er dann kaputt nicht macht. Mach das Auto an. Ja, das mache ich jetzt ohne euch. Zu meinem Denny. Dann kommst du nicht weiter. Brauchst du mit dem Zaun? Oh, mein Gott. Wenn nicht. Ich war unsicher. Oh, mein Guter. Alles gut. Du hast immer noch Sprüche raus. Ich bin nervös. Oh, ich bin ja gewechselt. Komm, Ändern, meine Zärkan. Da ist es, da ist es, da ist es, da ist es der Acker! Du hast mich jetzt gemacht. Ja, richtig. Recht, recht, recht! Ja, passt, 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 passt! Besser. Doch. Der hat schon deine Mohnen-Bots angetaubt. Hier. Sicher, spielen! Boah! Und richtig, richtig! Total witzig, Schlagmorgen! Alter, komm! Total witzig, Schlagmorgen! Man, jetzt wünsch ich kein Problem, ich ne? Bist du das mal durch? Ja, ich hab schon gewählt, ja, ja, ich hab meihin schon gesehen, aber das ist auch was. Das sind dann Männergesangsvereine auch gemeinnützig? Ne. Logisch. Die Woche haben sie mal Statistik veröffentlicht, hier von wegen diese Topmanager in DAX-Konzerne, ne? Ja. Ja. Die Frau verdiene durchschnittlich 120.000 Euro im Jahr mehr, wie die Männer in den DAX-Vorständen. Ja. Ja. Das ist so gut. Warum ist das Sommer jetzt draußen? Ich kann es nicht gut handeln. Ist das so gut? Ich kann es nicht mit ihr Vertraushandeln. Ja. 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 Du kannst die nie abschlafen. Ja. Kann nicht mit. Manu! Manu! Nein! Komm zurück! Wie geht's? Hast du einen Mögel gekündet? Nein. Nichts passiert. Okay. Siehst du gleich aus, ne? 81. Zinsser. Halt! 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 Mach die Robbe! Robbe! Halt! 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 Wir stehen in Berlin und stehen nicht auf! Na ja gut, das kann ich noch machen. Und dann spielen die FC Internationale, ne? Wir spielen nächste internationale in Völklingen. Steh uns vor, hier komm ich nicht das große Bock! Da spielst du Völkling im Stadion, ne? Das muss ich doch schämen, oder? Ne, wieso? So, wie gesagt. Die Statsafrique holt dann innerhalb von vier Wochen 20 Millionen raus und weil er das innerhalb von vier Wochen ... Das funktioniert aber nicht, weil kein Handwerker da sind. Ja, genau. Was nützen wir das, wenn sie Geld haben aber nicht? Ach, der Großbau macht das schnell. Ja, weil das keine richtige Handschuhe sind. Das hat er jetzt mal gut gemacht. Jetzt haben wir auch Platz. Komm, dann buch ich international, ne? Machen wir ja sowieso. Du weißt ja, jedes Spiel in Rheinland-Pfalz und in Hessen ist international. Das sind ja Auswärtsspieler. Außer vom Saarland. Ich kann mit! Ich stelle es nur eins. Heißt, wenn das Osteier ist, lass mal und wo weg? Das sind einige weg. Ja. Die haben ja gesagt, wenn sie auch steil bleiben sie, aber halt wenn sie nicht auch steil, äh ... ... Kreiftevertrag nicht. Oder diese Option nicht. Ja. Jetzt werden wir noch saulieb, gell? Jetzt werden wir noch saulieb, gell? Da hast du vielleicht noch Pech, dass Lauter noch dabei ist. Naja, das war nicht gestern geworden. Ja. Ja. Ich weiß, dass du nicht packst. Ich weiß nicht. Ja, cool. Dann musst du überall aufrufen. Die zwei. Nee, ich hab dich auch nicht. Hey! 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 Ja! Elfer, 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 Elfer! Der hat aber noch Klicker. Der hätte Beine mitgerätzt. Wer ist das? Guck mal. Äh! Du weißt mal, clean! Hu! Nie gibt's Spiel quack und quack! Wenn sie los nutzen können, wäre Adora. Nenn sie mal mit der Presse시간cin? Ja. KRIESTIAN! Jawoll, machst du mich dazu. Ich muss ein bisschen warm halten. Ritjobbeweis. Klar. Natürlich. Hahaha! Wir haben alles. Ja, nicht alles. Außer Kaffee und Kuchen. Wir haben geschwiesen. So war es, Alter, es hat richtig schon viel Fensiarm, Das ist gut, das ist gut. Abschlusstor. Applaus, ja Applaus. Super! Ja, Hammer! Glaube ich nicht! Hand davor! Christoph, ich mache die Wiederholung! Jetzt spielen sie wieder gut. Jetzt spielen sie wieder gut. Jetzt spielen sie wieder gut. Jetzt haben sie wieder gut. Immer auf Zuruf. Ja, das hat die Schnapperer letztes Jahr auch getroffen. Das Grinsen hat doch von oben her beigebracht, wie man das zu machen hat. Oh, leck, Leute, Leute, Leute. Seid ihr in den Garten und unter den Garten laufen? Guter Witt, Leute. Oder? Guter Witt. Warum schreit denn du so? Das hätte ich eh keiner. Oh, das wäre wieder von der 10-Serie laufen. Ja, du weißt schon. Fußballspieler kennen dich auch. Ey, Nummer 3. Ne, Nummer 4. Ich habe auch mitgezählt. Also, pscht. Was habe ich mitgezählt? Merelos. Merelos. Was soll denn ihr doch erst sagen? Er ist zu alt. Komm, sag mal, bock dich mal dahin und genieß das Femita-Ski-Spiel. Komm, Manno, genau, wir sind in der falschen Richtung. Ja, die sind da mal. Oh, jetzt ist es. Wie, das war nix. Oh, der hat noch den Ball abgett. Oh, 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 er hat noch endlich hart rausgezuckt. Der Cousin hat auch den Ball abgett. Lass uns, Mannu, komm, geht rein, komm. Seid ihr, Mannu? Komm, Mannu, komm, komm. Seid ihr, Mannu? Ja, Jungs. Ist dir kalt, dass es so los liegt auf Emo? Das Ding, das Ding geht jetzt genau volle Kanne in das Ding darin. Was passiert? Nein, ich hab's... Ach, das passt doch vorhin. Ja, der Öffa hab ich... Mann, haben wir zur Hälfte aufgeholt. Der Öffa hat zwei Sekunden noch davon gelegt. Seid ihr mal? Jawoll! 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 Wer hat's geschossen? 30. Er springt doch mal auf den. Die haben sich lieb. Mein Instagram-Chats hier hat's gemacht. Hehehehe. 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 Was war das? Was ist denn? Ja. Mehmet Schukur. Sag mal, schlaust du? Ne, der guckt sich das Spiel an. Hehehe. Jetzt hat's schon mal gehört. Ich will den Jotter. Ja, du musst ihm erst zeigen. Falsch, falsch, falsch! Jetzt! Ich will den Jotter! Ich will den Jotter! Ich will den Jotter! Ich will den Jotter! Oh, ja, 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 ich gebe Stern endlich mit. Ich habe nur früher gedacht, die Brau sind, 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 die Brau sind. Die Brau mit Weiß machen den Kakao. Die Lilane Kühe mit dem Weiß. Nee, die Milka-Kuh. Ja, die Milka-Kuh. Ich habe gesagt, dass sie Brau mit Weiß Kakao gemacht hat. Weil die halt Brau und Weiß... Du bist das Stadtkind. Merkt mal. Ja und ich bin der glückliche Stadtkind. Standkind. Standkind. Du brauchst gar nicht zusammen, du kannst alle Deutsch reden. Stehen aber auch dazu. Ist wieder lustig heute hier. Richtig lustig. Das macht nicht wieder Spaß. Bei mir ist es wegen dem auf Französischen Essen. Wegen Condition Zen? Was ist das? Der Französischen gesagt. Der veröffentlicht wird, er macht Spaß mit dir. Ich will sie erkennen. Na ja. Da kann ich ja Schwimmel gehen. Echt? Schwimmel? Ja, im Teich. Kann er vielleicht ein bisschen Traur gehen. Vielleicht schwimmelt er die anderen Bälle noch. Wasser ist nass. Ach nee. Das ist schön wie Schwan. Damit du mit Kalt kriegst und mit Wasser kriegst. Ach. Freischel war vorher mit dem Auto heim. Nee, nee, nee. Nicht erst eine Runde, dass es heiß war. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Der nächste Zwischen kommt und ich Ende April noch mal schwimmen gehen. Eine Runde. Weil ich nämlich nicht absaufen kann. Die sind immer mit blauen. Das ist eigentlich schlechte Hüse. Das ist der Spieler für mich. 90 plus 3. Ist immer noch am Dafe. Wow. Du kannst mir kein Spiel. Den Namen ist schon ein Spieler. Das ist die Nummer 9, 19. Da steht die Nummer 9. Die Nummer 9 oder die Nummer 19? 19! Die 9 ist so Connor! Na, da ist gerade 9 gesagt. Also verkackt! 9, 10! Oh, das war gerade 9 gesagt! 10! Eieieieiei Conner PSCH! Conner PSCH! Parton! NICHT! Conner hat die Leidrunde geschubt Dann holt ihr die Karten lassen Conner rollen! Conner ist okay! Raus! Raus! Die Leuchten! In die Kurschen! Christian Aaaaaaah 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 Du bist der Halte? Ja, du bist der Halte? Ja, du bist der Halte? Du bist der Mama Stoar Nein Warte doch mal Ja! 2-1! 2-1! Endstand! Was hab ich gesagt? Ist egal! In der 93. Minute 1-1! Ich hab das vorher schon gewusst, Herr Heike, dass er gesagt hat! Wer ist das? Das ist der erste. Ich hab das vorher schon gewusst. Meint ich doch! Ich hab das schon vorher gewusst. Oh, geil Tor! Ey, Mann, zieht die Dinger raus! Schweiß Hacker, habt ihr hier vor so ambo! Garf, ihr habt euch feiert. Schweier mal nochmal, nicht aktuell, ne? Aber ich hab wenigstens die Kamera Richtung Tor gehabt. Wer wäre es im Geschoss? Wer hat es im Geschoss? Wer hat es im Geschoss? Wer hat es im Geschoss? Ich bin 55. Der Mehmet! Meli! Meli, Meli, ich doch! Super 1, ne? Marco kommt! Marco kommt! Marco, Marco, Marco! Marco kommt! Jetzt! Gut so, Junge! 1,90 Minuten! Du hast im Halbkreis und im Halbkreis. Was? Nein! Du hast den Tag nicht mehr. Einmal länger, kurz zu hoch! Nein, nein, nein! Echt, nein! Oh! Oh! Du hast den Tag noch in der Mitte! Oh! Oh! Ui, ui, ui! Jetzt schlimm! Das sind die Spiele, die man braucht, wenn man erneut einen Teil der 1 ist. Wer geht raus von uns? Na, wo die paar Minuten jetzt sind wir? Ja, wir gehen raus von uns. Konsens. Ich will spielen, ich will laufen, ich will ein Tor schießen. Er will laufen, er will ein Tor schießen. Marco, mach noch einer. Wer geht runter? Weiß ich auch noch nicht, ich sehe hier noch nichts. Frau, pass mal besser auf. Der Tor ist gerade. Gerade hier. Vom Tor. Action. Oh, geil gerettet. Echt geil gerettet. Ich glaube die Atacke geht runter. Wer, 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 wer? Fabio. 32. Fabio, ne? Ja, Fabio geht raus. Gutes Spiel gemacht. Fabio rein. Wir sind hier auf dem Sportfeld, wir sind Völklinge. Also Konzentration bitte. Schrei mich nicht so an, sonst schrei ich zurück. Genau, das muss man bei dir machen. Es reicht immer. Du bist hier nicht im Ludwigspark. Geil. Geil. Ich bin im Gladehügel. Ich bin im Gladehügel. Ich bin im Gladehügel. Fünf Punkte Vorsprung. Ich hätte mir gedacht, das wäre der Motzhügel. Beides. Geil. 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 Die Saktunentschieden wäre geil gewesen. Ich hätte meine Nerven wieder nicht ausgehalten. Aber es zeigt halt die Moral, dass sie in der letzten Minute noch ein Tor machen. Was halt sehr geil ist. Vor allen Dingen ist, du musst erst mal deine Elfmeter versenken. Dann wäre ich jetzt 93 mit. War ich Elfer? Ich gehe dann ja auch. Ich weiß nicht. Kommt du Patrick oder wer ist es? Und dann kommt und hat gesagt Elfmeter. Mein Mann ist so gut, dass er nicht um die Sitzung kommt. Weißt du, wie ich Elfmeter normalerweise gucke? Außer bei der zweiten. Ja, ich ziege mich weg. So, wir gucken noch, wo das reiche Haus ist. Genau. Ich gucke normalerweise gar kein Elfmeter. Ich schieße noch bei Elfmeterschießen und ausschalte. Also noch am Spiel. Diese komische Nachverlängerung Elfmeterschießen geht gar nicht. Speziell bei der Mannschaft, die ich mag. Geht nicht. Kann ich mir nicht angucken. Aber das ist das. Drei Koffe, das ist das! Ja! Da ist der Koffe. Das ist der Kaffee. Das muss der Kaffee. Ihr muss der Kaffee holen. Das ist so wichtig. Was hier? Der Koffe ist der Koffe. Wer hat dich auch gerade? Das ist fantastisch. Ist die Koffe? Das war die Koffe? Ich komme jetzt in die Stadion noch. Ach nein, jetzt kommt der Seite abgeschossen. Oje, oje. Sein ist doch, die Ultras kommen. Werden wir noch Alpha-Hau, jetzt kommen die hier irgendwo in Ultras. Hier sind wir so, nicht gesund. Ja, wir sind in der Bezirksklasse, so sehe ich das alles relativ entspannt. Ich habe zwei Kuh gebackt. Wobei ich auch sagen, wo ich auch unterschiedliche Maßstäbe kann. Bei Dütfüller kommen fast, aber bei uns, das sollte schon ordentlich sein. Weil das ist dann Schlenkrian. Kamako! Jawoll! Aua, mein Ohr! Ich bin grad ein bisschen schrill. Achtens. Mama, du tun ein bisschen... Ein bisschen... Hätte ich ja nicht gedacht, hätte Dütfüller noch schlechter als die Türke hier. Aua, mal ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein, was ist Dütfüller wahr? Hey! Warum spiel ich überhaupt? Auf dem Acker! Das sind alle nur die Garfels. Das sind noch zwei Garfels drin. Und ein Gartezwerg. Na ja, pass auf. Ein Gartezwerg, ein Garfield, ein Schoko... Statt dir was Schoko zu reden, kennst du mir mal heiße Schokolade, gell? Oh! Oh! Ina, migna, miste! Und wenn heißt das Tabot? Bitte und ich möchte! Schau mal weg! Schau mal weg! Schau mal weg! Guck mal, der ist ja sehr hart. Aber das ist immer noch mal typisch für den FC, ne? Im Rückspiel wird dann in Hamburg der Aufstieg gefeiert. Ist lachhaft. Wir haben leid, wir haben leid. Echt lachhaft. Da reißt ja manchmal der Kopf. Wir sind jetzt Tabellenführer mit fünf Punkten Vorsprung. Wir haben auch den Punkterekord von Mannheim eingestellt. Alles gut und schön. Aber trotzdem, es müsse immer noch 17 Spiele gespielt werden. Richtig. Hier haben wir noch nicht durch. So, sind noch fünf Punkte. Jetzt haben wir erst mal den Pirmasens, dann haben wir noch Steinbach. Wobei Pirmasens richtig schwer wird. Und Steinbach. Und dann noch Koblenz. Ja gut, Koblenz ist jetzt egal. Nee, nee, ich wollte ja was anderes sagen. Da hast du neun Punkte, musst du normalerweise sieben Punkte. Ja. Wobei halt das Spiel gegen Koblenz oder auch gegen Pirmasens. Das sind die typischen Spiele, wo du verlieren wirst. Wir haben aber das einzige Vorteil, dass wir zwei Wochen draußen sind. Na gut, ein Pokalspiel ist die Woche. Ja, das ist ja wohl, sag ich mal, das ist ja wie Training. Ja, was mir persönlich auch egal wäre, wenn sie rausfliehen würde. Ja. Da hast du nochmal Elversberg. Hast du nochmal Hamburg, hast du nochmal Elversberg, hast du nochmal die Oberligistik, die Achburgschwerken. Ich kenn dir recht, auch wenn sie es durf anhert, die im Rohrbach rausfliehen. Aber ich kenn dir recht. Die solle sich da drauf konzentrieren. Und die solle diese auch streiten. Und die Karlsruhe verdammt nochmal, solle sie die komplett Reserve ausstellen. Na gut, das kannst du aber der Fenster nicht verkaufen, weil Karlsruhe ist halt... Weil du von so einem Männer bist. Schön geklärt. Der Ball hat doch noch in der Hand gehabt. Tja! Kann ja nicht funktionieren! Weil ich schutz ja auch vom Bild. Ich denke noch vier Minuten an das Spiel vorbei. Ja, also Marco noch bis zum Spiel. Marco wacht doch noch durch, ja. Der hat richtig Bock auf Tor schießen. Ja, ja, merkt man. Conor hat keinen Bock mehr. Conor ist glücklich. 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 Christoph, denk dran, hafft nicht so schnell. Nein, beim Alter wird es so nicht. Ich weiß nicht, wir haben es alle gar mit dem Alter mittlerweile. Mir tut Rika auch weh. Ja. Dass du auch gewetzt wirst, ne? Die Automateste Nummer scharf. Und kein gespritztes, nein, kein Radler. Das interessiert mich gar nicht so. Bei drei Grad brauchst du keine Radler. Doch! Eine Wurst ohne Bier. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Hat er Glühwein? Glühwein wird geil. Aber nur weißer. Die weißer, boah. Da schüttelst du mich aber so. Ich glaub Marco ist du mal, oder? Ich trink keinen roten Glühwein mehr. Schön mit Sahne drücken. Der letzte rote Glühwein, wo ich getrunken kann, hat es mir damals zerriss. Ja. Das ist noch schlauer, ne? Das wäre, kein roter Glühwein mehr. Hier hat der Geschmack, jeder hat die andere Geschmack. Hier hast du ein spezieller? Von weiß, oder? Ist egal. Schau. Schau. Da ist doch noch gerettetes Wochenende. Wenn ich schon an mein Auto denke, nein. Ja, stimmt. Sie schweigen August erst seit Tüfen. Krieg. Das ist das erste Spiel von der 5 Uhr nachgezählt hat. Das sind jetzt wieder alle schwererbremdlich. Das ist jetzt das erste Spiel, wo die... Da hat gerade die Batterie so Kabel gemacht, dass die Spannung... Das darf doch eigentlich gar nicht sein. Oh, so süß. Hey! Wo kam der noch? Oh, richtig läuft jetzt auf. Nichts passiert. Zum Abschluss noch eine Rot-Karte. Rot! Zum Abschluss noch eine Rote-Karte. Zum Abschluss, gell wie... Na ja, Fairplay-Tabelle führen wir jetzt nicht mehr an. Jetzt haben wir ganz knapp vorbei geschlittert. Mensch, lass doch den Schiedsrichter in Ruhe! Mann, Mann, Mann! Der Mann, der da ist dann gerne eine andere Position auf. Mann, Mann... Mann, Mann! Der Mann, der Mann... Der Mann, der Mann, der Mann, der Mann... Der Mann, der Mann, der Mann! Marco! Geil, schöner Schuss. Ich glaube, Christian wird uns fehlen. Vielleicht nix die nächste Aktion. Geil. Nix die Aktion vermutlich. Wir haben gut gespielt. Ich war ganz ungeduldig auf die Uhr. Ach so, den Conner hat ich den Garmin angelesen. Abseits. Scheiße, Mensch. Ich muss einfach eine Pumpe für Luft holen. Die Leer so frrrrr. Da fehlt es immer wohl. Wo ist die Grafik? Das ist auch eine Pumpe. Die 14 und die 32. Und die Mark. Das ist eine kleine Scherze. Durch jetzt! Soll ich mit Wien denn er kommen? Ja, ich bin doch wieder krass. Ja, sagst du deinem Mann nix, oder was? Ja, dann soll er aufzählen so zu drehen. So, Jatta, weiter! Oh, Mann, Mann, Mann! Langsam muss ich sagen, ich hätte doch besser als zehn Kritt. Trotz Grenchesser. Doch, das! 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 Mit der blau-schwarz Mütz. Die Elf! Der hat die Elf gemeint. Doch, die Elf. Die Elf! Wo hat's Maul gesagt? Der kriegt eigentlich die Fahne ab. Die wo? Ah, ja. Der hätte von mir mal eine schöne gelbe Kartre. Doch, ich nenne lieber die weiß, die die weiß. Außerhalb's Maul zu rufen, geht überhaupt nicht. Der sagt direkt so, Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Sie ist die, ne? Geht gar nicht. Ja, klar. Weißt du was ich meine? Geht überhaupt nicht. Ah, nein. Sagen wir mal drei, vier Aktionen, wo er halt ein bisschen unglücklich war, beziehungsweise auch ein bisschen hart, aber ansonsten war's so gutes Spiel. Nee, was der Elfer losgelassen hat. Ja, aber. Ich schieße kein Tor mehr. Geht so aus. Schatz, zweistellig wär's ja cool gewesen. Ja. Nach langer, langer Zeit wieder mal. Nee, find ich schätze nicht. Nee, Quatsch. Das weiß ich auch nicht. Nee. Also, Tröpel Schiri. Schärst, wenn das Auto steht. Schiri, schreist, wenn das Auto steht. Schiri ist ein Fahrrader. Er war mit dem Fahrrad da. Ja, weil das Fahrrad im Teich leidet. Ja. Machst du wirklich nichts. Du hast doch gesagt, du sollst schwimmen gehen. Ja, es ist doch, ich konnte nicht, der hat uns ausgeregt. Ja, er hat uns ausgeregt. Ja. Du willst eher untergehen, weil seine dumme Arme und Weine... Oh! Oh! Oh, Marco! Oh! 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 Alles gut. Ich war gar nicht mal nach Spielzeit. Ich will gucken. Schuhe, ich spiele wieder rutschgefahren. Oh! Ich mache jetzt schon, schmier. Ja. Schmier! 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 Hey Peter, hast du unser Bild gefunden von einem Sonder? Was habe ich gefunden? Unser Bild! Von dem Fotograf, von dem Klaus. Ja. Äh, ne. Ich händ' alles gefunden, Sauerei. Noch ein, noch ein, noch ein! Oh cool! Ey! Wuhuuu! Und in der gibt's da noch, kommt! Super, Christian! Noch in der? Da hat's nur meine Mutter einfach gespannt, Alter! Gut, Junge! Ich spür mir nicht, tut da mal. Wenn die kommt reingeladen. Gut, hab ich mal vorspoilen. Ja, es geht. Ich falle gleich ab. Ja, ich geh auch gleich. Ich hab keinen Bock mehr. Geh, Tobi. Tobi, wärme dich. Weit war das gerade. Tobi, wir haben die Säure. Komm! Komm, Marco! Wir haben nur so selbst geklappt. Reicht doch durch! Ey! Die waren doch schlechter als die Türke, ne? Ja, die können jetzt runtergehen. Ja! Endlich! Ja! Schlaf ist vorbei. Fifi! 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 Oh! Boah, ey! Leute, du frierst dich langsam an jetzt, ne? Jetzt beginnt noch mal die Jahreszeit, wo richtig Gift für die Kamera ist. Wäre nicht das erste Akku, das ich im Moment kaputt gemacht habe. Ja. Ja. Und das wäre mittlerweile Powerbank-Ersatz. Ja. 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 Vielen Dank.